dies ist ein wochenend video man könnte es auch für andere sternzeichen übertragen ja kämen wir mal die müll gedanken von der woche weg falls du diesen kanal abonnieren würde mich das freuen falls du es noch nicht gemacht hast manchmal sind die gedanken in der woche viel besser als am wochenende aber naja gut also das thema haushalt und familienpflichten liefert dir dieses wochenende wieder zündstoff für diskussionen um den haussegen wieder herzustellen mussten zugeständnisse akzeptieren ja letzten endes ja unser ende ist der grab oder das grab alles liebe dieses war ein wochenend video was ich nicht gesagt habe